Hallo Gitarrenfreunde, ich möchte euch heute zwei Instrumente vorstellen, zwei ganz tolle Instrumente des Gitarrenbauers Oliver Klapproth. Der ist noch nicht so furchtbar bekannt, ist aber so ein richtiger Senkrechtstarter in der Gitarrenbauszene. Er macht ganz hervorragende Instrumente und zwei davon habe ich heute hier. Ich möchte zunächst vorstellen, das erste, das ist das ein Basismodell mit Cutaway. Das nennt er auch Basic Cutaway. Und wie ihr seht, ist diese Gitarre ziemlich hell. Und ich muss gestehen, bisher war Ahorn nie so mein Lieblingsholz für den Gitarrenbau. Obwohl, also beim Streichinstrumentenbau ist Ahorn das Holz überhaupt. Leute wie Stradivari und alle Geigenbauer nehmen für ihre Geigen und auch für alle anderen Streichinstrumente immer Ahorn für Boden und Zargen. Ich weiß auch nicht, warum ich Ahorn nie so beachtet habe. Aber diese Gitarren sind wirklich ganz besonders. Und das Holz, das Oliver Klapproth hier verwendet hat, hat er aus alten Beständen aufkaufen können. Und das ist 100 Jahre abgelagert. Und das macht schon wieder einen riesen Charme aus diesem Holz. Wie gesagt, sehr schön gemacht der Boden, sehr schön geflammter Ahorn hier. Boden und Zargen. Und wir haben eine Alpenfichtendecke, die mit Shellac-Hand, einer Handpolitur, Shellac-Hochglanz poliert ist. Ganz schön, ist natürlich ein bisschen empfindlich, ist nicht so für Leute, die viel auf der Decke rumschrammeln. Aber ist einfach wunderschön, so eine Shellac-Lackierung. Und klingt auch toll, weil sie das Holz halt nicht so behindert wie mancher andere Lack. Alles andere ist geölt an dieser Gitarre und das ist auch sehr, sehr schön. Das ist schön glatt geölt. Es fühlt sich samtig an. Also ist ein sehr schönes Spielgefühl. Auch der Hals. Also ich bin ziemlich begeistert von dieser Gitarre. Wir haben hier auch ein Schallloch in der Zarge, ein zusätzliches Schallloch. Ich zeige es mal hier so. Was das Spielgefühl, also das Hörgefühl auch ein bisschen verstärkt. Denn man hört sehr direkt hier alles aus dem Schallloch. Und nicht über den Umweg von dem großen Schallloch. Der Hals ist aus Mahagoni. Und, tja, Kopfplatte wieder belegt mit Ahorn. Die Mechaniken sind Gotoh. Und also wirklich sehr super schön gemacht. Auch so kleine Spielereien. Die Einlagen im Hals hier sind mit Messingrändern, Dots. Und das wiederholt sich auch in den Stegsteckern hier. Also ganz tolles Instrument. Spielt sich traumhaft. Sehr, sehr angenehmes Spielgefühl. Die Gitarre kostet 4200 Euro und ist jeden Cent wert, würde ich mal sagen. Ein wirklich hervorragendes Instrument. Steht im Moment bei uns im Gitarra-Bazaar. Und auf jeden Fall antesten. Vorsichtig antesten. Schellackdecke. Ich habe aber noch ein zweites Instrument für euch dabei. Und das ist noch ein bisschen besonderer. Wie ihr seht, hat das hier gar kein Schallloch. Da wo es normalerweise zu finden ist. Sondern das Schallloch sitzt quasi hier am Rand der Zarge. Und zusätzlich hier wieder in der Zarge. Dieses Instrument nennt er Basic Double Shoulder Fan Fret. Double Shoulder wegen dieser... Ja, wie nennt man das? Das ist ja eine Schulter. Aber hier ist eigentlich zu. Aber es sieht so ein bisschen symmetrisch aus wie zwei Schultern hier. Fan Fret. Ihr seht, die Bündel sind schief. Die Mensur ist länger im Bass als im Diskant. Das sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Aber ihr werdet sicher schon das eine oder andere Instrument, die so gesehen haben, was so ähnlich gebaut ist. Was natürlich toll ist, eine längere Mensur im Bass. Das erleichtert die Sache. Und fürs Spielgefühl ist es auch ganz toll. Wenn man es nicht weiß, merkt man es eigentlich kaum. Aber es ist sehr ergonomisch. Denn wenn man jetzt den Finger so nach oben tut, wird er automatisch eine Position einnehmen, die in diese Richtung geht. Und genauso sind die Bündel auch gemacht. Also für Barré super. Man kommt bis hier oben hin, ohne dass man sich verrenken muss. Ansonsten ist die Gitarre zu. Hier. Aber man kann sie öffnen. Und zwar gibt es hier hinten eine Klappe. Und dann kann man rein und kann von innen, was immer man tun möchte, wenn man zum Beispiel ein Pickup einbauen möchte oder sonst wie man kommt, dran. Gehalten wird das Ganze. Das ist auch eine schöne Idee mit kleinen Magneten, die hier eingelassen sind. Und zack, schon hält es. Magnete übrigens auch hier oben, wo man den Hals eventuell mal nachstellen kann. Das ist so eine Abdeckplatte für den Stahlstab. Und ist nicht geklebt, nicht geschraubt, sondern wird vom Magneten gehalten. Sehr pfiffig gemacht, finde ich. Auch hier haben wir wieder diese Einlagen mit Messingringen, was sich hier wiederholt bei den Stegsteckern. Und die Gitarre ist super, muss ich sagen. Also wirklich ein tolles Instrument. Diese ist ein bisschen teurer. Kostet 4.600, aber auch diese Gitarre ist natürlich den Preis mehr als wert. Ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, wenn man bedenkt, wie lange man wirklich an so einem handgemachten Instrument sitzt, um sowas zu bauen. Sehr, sehr saubere Arbeit, muss ich sagen. Oliver Klapproth ist ein toller Handwerker und versteht was von seinem Fach und ist auch ein Musikliebhaber. Und irgendwie spürt man das bei diesen Gitarren. Diese Gitarre hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Bass. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es von da vorne klingt, aber zumindest hier hat man den Eindruck, da kommt unten noch ein bisschen mehr raus. Auch diese Gitarre wieder geölt. Geölt, wieder das gleiche aus Ahorn, 100 Jahre gelagertes Ahorn. Schellack Handpolitur. Toll gemacht und sieht auch ein bisschen anders aus. Zwei sehr, sehr schöne Instrumente. Herzlichen Glückwunsch, Oliver Klapproth. Ich denke, man wird noch einiges von ihm hören und ich denke, dass diese Gitarren in Zukunft, wenn Oliver Klapproth noch ein bisschen bekannter wird, deutlich teurer werden. Oliver Klapproth. Böller Klapproth. Ja. Böller Klapproth. Böller Klapproth.